Sie sind hier, 3. September 2018, 11.51 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern mit dem Golden Boy Award, wird der beste U21 Spieler Europas ausgezeichnet, Urheberrecht, Sport1 Grafik, Getty Images, Imago München, verteidigt Kylian Mbappé, den Golden Boy Award? Oder stürzt eines von neun Bundesliga-Talenten den französischen Weltmeister? Sport1 zeigt die Kandidaten. Die italienische Sportzeitung TotoSport verleiht den Golden Boy Award für den besten U21 Spieler Europas. Von Trent Alexander-Arnold bis Luca Zidane waren zunächst 100 Talente nominiert, jetzt wurde die Liste auf 60 Kandidaten reduziert. In der Endauswahl sind auch neun Bundesliga-Youngster mit dabei, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg dürfen sich über Nominierungen freuen. Sport1 zeigt die verbleibenden Kandidaten für den Golden Boy Award. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus ein Bär. Mia Mia Outro Untertitelung des ZDF, 2020